Musik In der Eishalle der Stadthalle traf sich um 8 Uhr früh die österreichische Staatsspitze einer Sportart, die oft mit Eisstockschießen verwechselt wird. Kälte und Uhrzeit waren wahrscheinlich die Ursache für fehlendes Publikum, denn am Prickel, der von dieser Sportart ausgeht, kann es nicht liegen. Was ist da? Es ist einfach total spannend, wenn man mal die Regeln durchschaut hat. Es ist ein Sport, der den Kopf braucht. Es ist bis zum Schluss spannend, weil wir eigentlich bis zum Schluss beide Mannschaften gewinnen können und ganz tolle Stimmung, ja. Die große Begeisterung im Curling ist einfach, wenn Sie vier Freunde als Team zusammenfinden und dann Curling spielen. Neben Begeisterung braucht es auch warme Bekleidung, 20 Kilo schwere Steine und glattes Schuhwerk. Ausrüstungstechnisch, was ist da noch notwendig? Wichtig sind die Besen. Es wird ja auch genannt, das Spiel mit Stein und Besen. Damit die Steine besser rutschen, ist der doch da. Sobald ein Partikelschmutz am Eis ist, wechselt der Stein seine Bahn. All I was doing was making it easy for the clean of the moment. Fühlt es kurz an, das gibt es ja nicht. Glauben Sie, das ist von Vorteil, wenn man eine Ausbildung als Reinigungskraft hat, wenn man Curling spielen möchte? Was stellt Sie denn für Fragen? Natürlich nicht, nein. Außer du bist eine Reinigungskraft, die nur 20 cm Länge in der Breite nur sauber macht, dann vielleicht. Eine Reinigungskraft alleine muss ja nicht unbedingt mit dem Besen umgehen können, oder? Das kann ja auch ein Lappen sein, ein Waschlappen oder so. Apropos Waschlappen. Nicht jeder instabile Backhändl-Friedhof wird ins Nationalteam aufgenommen. Mentale und körperliche Voraussetzungen sind... Gleichgewichtsgefühl, Balance und eine gewisse Grundkondition. Körperliche Voraussetzungen, da unterschätzt man das Curling ganz gewaltig. Also auf dem Niveau, was jetzt, das soll mir niemand irgendwie böse nehmen, was wir da im Moment spielen, ist das noch in einem relativ bescheidenen Rahmen. Bleibt ja immer noch Humboldt oder der Wechsel ins Nationalteam der Reinigungskräfte. Get your Tini!